Du siehst, du kannst da heulen, du kannst da heulen, wenn dein Ding machen, das bist du. Ich reich! Doch, das bist du? Nein. Du brauchst kein Foto machen, sonst schmeiß ich das Ding raus. Ich reich! Kein Foto! Du kannst das Ding, es reicht. Grit. Reicht, Grit. Also du bist doch Abendmörder mit dabei drauf. Jetzt hör bloß auf! Das ist mein Ding! Hör auf mit dem Foto! Ich sag das, ich schmeiß es raus! Das ist du normal. Ja, du normal! Das ist alte Frau! Ja, du alte Frau! Du mit 40! Du den Ding weg, dann schmeiß es raus, jetzt mach es ihn kaputt. Dann tu es weg. Hör rein, nein! Du es weg! Das ist dein Ich! Doch bist du das! Und das wäre eine Träne! Das ist eine andere Frau! Du bist das! Nein! Doch! Nein! Ja, klar nicht. Aber du kennst sie, ne? Das ist eine andere Frau! Also bist doch auch du im Geschäft! Das ist eine alte Frau! Ja, ja. Dann ist eine alte Frau! Es ist mir egal, ob du es zugibst oder nicht. Ja, egal! Aber andere Frau! Immer!